Ja, mir ist was eingefallen, sehr gut. Ich picke das einfach der Einfachheit halber, aus Alternativlosigkeit, aber ich picke es auch, weil es mir ganz gut gefallen hat. Und zwar ist das Ping, der glückselige Name, den Apple einst für sein grandioses Social Network genutzt hat, wurde reinkarniert, nicht von Apple, sondern von den Leuten, die die für mich wenig interessante App Secret gemacht haben, die sich ja da auch so ein bisschen durchgezogen hat, bei der man einfach irgendwelchen Krempel in Anführungszeichen, zehn Anführungszeichen anonym posten konnte und dann ist das so durch das Adressbuch Kontakte gewabert und konnte dann auch kommentiert werden und so weiter. Ja, das war halt die Secret App und die haben wir jetzt eine zweite App entwickelt, unabhängig wohl davon, die eben Ping heißt. Sie ist kostenlos und das Lustige an ihr ist, dass sie hat mehr Funktionen als Yo. Ist jetzt doch kein Qualitätsmögenmal, aber ich bin gespannt. Nein, aber sie legt auch darauf an, die lebt sozusagen als Push-Benachrichtigung. Also wer sowieso schon totalen Benachrichtigungs-Overkill hat und verzweifelt, wenn neue Benachrichtigungen ankommen, der bitte diese App nicht herunterladen. Wer aber, ja, also nichts hat gegen die ein oder andere Benachrichtigung, der kann Ping durchaus mal ausprobieren. Also Ping ist wirklich, legt es darauf an, lebt sozusagen in deiner Mitteilungszentrale hauptsächlich. Und das Schöne ist, du lädst dir die App einfach runter, installierst die und kannst so eine, ja, ich sag jetzt mal aus dem Bauch raus, 10, 20, 10, 15 Themen, Skurrilitätsvorgaben kannst du dir auswählen, was dich interessiert. Du musst auch keinen Account anlegen. Du musst dich nicht mit deinem Twitter, Facebook, Schnibbi-Schnapp-Account einloggen oder sonst irgendwas. Du wählst einfach nur Themen aus und das reicht halt von totalem Quatsch irgendwie bis hin zu, gib mir neue Ereignisse aus Hongkong und so eine Art Live-Ticker-mäßig bis hin zu, schick mir halt irgendwie Hinweise auf neue Apps oder was halt im Kino anläuft und so weiter. Und daraus kann man sich so eine, ja, grob gesagt Interessenliste zusammenstellen und bekommt dann in unregelmäßigen Abständen Push-Benachrichtigungen oder Google Trends ist glaube ich dabei, Twitter Trends, Firlefanz kann man sich alles machen oder irgendwelche Witzchen oder Mini-Horror-Geschichten. Also es reicht halt von Quatsch-Unterhaltung, die vielleicht ganz nett ist, bis schnell wahrscheinlich auch nervend wird, bis hin zu dann mal mehr oder minder einzustufenden nützlichen Informationen. Und ja, kommt halt als Push-Benachrichtigungen. Teilweise wird es dann, man wird dann halt entsprechend, wenn es dann jetzt irgendwie eine Geschichte dazu gibt oder halt jetzt bei Filmen dann halt der Trailer wird man dann, wenn man die Push-Benachrichtigungen öffnet, entsprechend dahin weitergeleitet. Und ich dachte mir, ich habe es einfach ausprobiert, weil muss halt mal ausprobiert werden, aber war bis jetzt doch relativ davon angetan, muss ich sagen. Ich meine, es hängt wahrscheinlich sehr stark damit zusammen, wie viel Zeug man sich da von den vorgegebenen Kategorien reinpushen lässt. Aber ich war erstaunlich angetan von der, ja, um nicht zu sagen, der Qualität von dem Zeug, die da reinkam. Also das, es hat mich bis jetzt nicht genervt, was wirklich ein sehr positives Urteil ist, finde ich, für eine App, die halt Push-Benachrichtigungen verschickt und wird nach wie vor auch jetzt auf meinem Gerät verbleiben und mit aktiven Push-Benachrichtigungen mir Zeug schicken. Also das hat mich erstaunt, muss ich sagen. Insofern war ich Push-Benachrichtigungen, die nerven, dafür bin ich, oder nicht nerven, hast du gesagt. Ja, nicht nerven. Achso, okay. Also es ist halt so wie RSS für ganz, 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 ganz Arme. Wenn Twitter RSS für Arme ist, dann ist halt das hier für ganz, 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 ganz Arme, oder? Jein, also das ist natürlich schwierig, das über einen Kamm zu scheren, weil es halt wirklich schon was ganz anderes ist als RSS oder Feeds im klassischen Sinne. Also ich meine, du lässt, ja, also der Anspruch dieser App ist letztlich wahrscheinlich, dir möglichst interessante Sachen zu liefern. Das ist die alte Herausforderung. Das ist ja eine Herausforderung, die RSS ja nie bewältigt hat. Ja, RSS ist dafür gut, dir das zu liefern, was du abonniert hast, aber RSS ist nicht gut, dir das zu liefern, was wirklich wichtig, relevant und vielleicht interessant wäre, dann in einer automatisierten Form. Und das ist ja ein Problem, das noch keiner gelöst hat. Ja, ich meine, Facebook versucht es halt mit seinem Newsfeed, in dem halt irgendwelcher Völlefanz auftaucht, der für dich relevant sein soll oder es halt ist und vielleicht auch nicht ist und meistens wahrscheinlich nicht sein wird. Twitter löst es gar nicht, das Problem. Ja, da liegt es halt auch komplett in deiner Hand, dir deinen Feed so zusammenzustellen, dass das möglichst interessant für dich ist. Und Ping versucht es da mit seinem eigenen Ansatz, ich weiß nicht genau, was sie, ich meine, die versuchen halt da einzubeziehen, worauf du reagierst, was dich interessiert, wo du dich dann, auf welche Benachrichtigungen du reagierst und so weiter und versuchen das einfließen zu lassen. Wie gesagt, ohne, du musst dich nicht anmelden, es ist an keinen deiner bestehenden Accounts geknüpft. Und insofern fand ich es ganz nett als Einstieg. Und je nachdem, wie die Qualität der mir gepushten Sachen weitergeht, bis jetzt war ich positiv überrascht davon. Da finde ich ja immer noch Seid sehr gut, ZITE. Das ist auch so wie Flipboard, nur ein bisschen weniger für Elefanz. Und die haben auch ganz okaye Sachen da an Themen immer drin.